hallo leute und willkommen zu einer runde kurs gehen auf dem empire rise und zwar leute geht das video heute darum dass ich heute im livestream wegen hacking gebannt wurde und zwar wurde ich deshalb gebannt weil ich diese spieler die immer hinter einen spawnen geht ab und dadurch hat anscheinend das spot system erkannt dass ich hecke zufälligerweise genau im stream gewandt natürlich wurde ich mittlerweile wieder entband weil ich entbannungsantrag gestellt habe auf comedy.net danke dafür für den schnellen support by the way da ich irgendwie nicht dachte dass man so schnell entband wird aber danke dafür und den haben wir ein nice kurs gemacht in letzter hat irgendwie eigentlich ziemlich spaß deshalb spiele ich es auch wieder öfter denn bekommen wir und haben wir nice ich werde nach der runde noch eine runde dranhängen da eine runde nicht reicht und wir haben den und da kommt noch wer denn wir eigentlich kommen wohnen naisten kommen wir oder ja jetzt müssen wir roth beim und wir geben noch mal ein so leute der typ dachte gerade irgendwie dass ich hecke das habe ich mich einfach mal anlegt weil der typ irgendwie was nicht behindert war und ich töte dann jetzt einfach weil er mich ab fakt der typ weil er meinen kill wo nicht geklietert und zwar der typ hat mir wieder geklient aber ich glaube jetzt ein bisschen weg soll der typ ist ziemlich low und wir haben ihn nice leute und dann würde ich sagen wir sehen uns gleich in der nächsten runde so leute da sind wir auf der zweiten map avesta und da ihr könnt gerne mal eure meinung so in die kommentare schreiben was ihr davon halt dass so viele in letzter zeit gebannt werden wegen hacking da ich das schon ein bisschen komisch finde dass einfach so viele leute gebannt werden einfach grundlos deshalb könnt ihr gerne mal eure meinung so in die kommentare schreiben würde mich freuen und dem haben wir nice soll ich habe dann eigentlich nicht wirklich noch viel anzusprechen und irgendwie habe ich den gerade doch bekommen irgendwie sagt ein bisschen komisch aus aber wir haben bekommen dumm ist so dumm ist so dumm man du na ja leute das war's mit dem video ihr könnt gerne eure meinung in die kommentare schreiben dann würde ich sagen leute könnt ihr gerne euer bohrseite gelassen wenn euch das video gefallen hat und dann schau bis zum nächsten mal leute